Moin Freunde und willkommen zu dieser Breaking News. Ripple will einen eigenen Stablecoin raushauen. Diese Nachricht hat heute auf jeden Fall viele Leute überrascht. Wir werden uns mal die einzelnen Poster zu anschauen und wir werden mal generell über die Thematik sprechen. Wozu braucht es überhaupt Stablecoins? Und worin will sich denn Ripple Stablecoin von diesen ganzen anderen unzähligen da draußen unterscheiden? Das und vieles mehr gibt's nach dem Intro. So, verlieren wir gar keine Zeit. Erster Post von 6 sind es, glaube ich. Der Stablecoin-Markt boomt. Heute beträgt sein Volumen rund 150 Milliarden Dollar. Bis 2028 wird ein Anstieg auf über 2,8 Billionen Dollar prognostiziert. Es besteht eine klare Nachfrage nach Vertrauen, Stabilität und Nutzen. Aus diesem Grund werden wir später in diesem Jahr einen Stablecoin einführen, der im XRP-Ledger und Ethereum 1 zu 1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Dieser Schritt erweitert die Reichweite von Ripple sowohl auf den institutionellen als auch den DeFi-Bereich, diversifiziert die Anwendungsfälle und verbessert unsere Zahlungsinfrastruktur, um die Welten des traditionellen und des dezentralen Finanzwesens einander näher zu bringen. Der Stablecoin von Ripple wird zu 100% durch Einlagen in US-Dollar, US-Staatsanleihen und Barmittelequivalente gedeckt. Außerdem verspricht Ripple Transparenz durch monatliche Bestätigung durch Dritte und Vertrauen und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Das wäre schon mal gespoilert der erste große Unterschied zu den meisten Stablecoin, insbesondere zu Tether, der führende Stablecoin da draußen. Und solche monatlichen Reporting sind mir eigentlich in der Form so nicht bekannt. Stablecoins dienen als zentraler Einstiegspunkt für DeFi und die Einführung eines vertrauenswürdigen Stablecoins der Enterprise-Klasse im XRP-Ledger wird mehr Anwendungsfälle, Liquidität und Möglichkeiten für Entwickler und Benutzer gleichermaßen schaffen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Zukunft der Krypto in Multi-Chain liegt. Die Einführung des Stablecoins sowohl auf dem XRP-Ledger als auch auf Ethereum, logischerweise das größte Ökosystem wird dir eben auch noch gleich mitgenommen, öffnet Türen zur kettenübergreifenden Interoperabilität. Dadurch, dass es dann auch auf Ethereum basierend noch sehr viele Layer-2s gibt, denke ich mal, werden, die ebenfalls diese Möglichkeit haben, damit arbeiten zu können. Und damit kann man, glaube ich, schon den Großteil des Marktes erreichen. Und last but not least, beim Einstieg von Ripple in Stablecoins geht es nicht nur um Innovation. Es geht darum, einen Beitrag zum XRP-Ledger-Ökosystem zu leisten und die Voraussetzung für eine robustere und vielfältigere Kryptolandschaft zu erschaffen. Erfahren Sie mehr über den Stablecoin, das tun wir gleich. Zunächst stellen wir uns aber mal die Frage, wozu braucht es eigentlich Stablecoins? Ich meine, wenn ich Kryptos halte, dann kann ich sie doch im Prinzip einfach gegen Euro umtauschen oder auszahlen auf meinem Bankkonto, wenn ich sie unbedingt jetzt liquide machen will und umgekehrt kann ich mir doch Kryptos kaufen. Das ist eine durchaus plausible Denke, aber man hat natürlich zum einen sowohl bei Ein- als auch bei Auszahlungen in der Regel immer Gebühren, die damit verbunden sind. Und zweitens verliert man teilweise sehr viel Zeit, weil nicht jeder Einkauf, gerade in etwas größeren Größenordnungen, innerhalb von Sekunden stattfindet, sondern manchmal muss man warten, bis Überweisungsgelder ankommen und all das. Stablecoins sind da deutlich einfacher, man kann eben vor allem, wenn man aktiv auf einem, meinetwegen, XRP-Ledger oder anderen Ökosystemen arbeitet, kann man eben kurzweilig quasi in ein neutrales Asset gehen, ist dadurch schwankungssicher und kann vor allem auch viel weniger kritisch Handel betreiben, denn dieses Schwankungsrisiko bei Kryptowährungen ist teilweise dramatisch, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Man siehe Solana vor einigen Wochen, da war Solana noch bei roundabout 100 Dollar. Ein paar Wochen später haben sich sicherlich einige geärgert, die noch viele Solana für NFTs hingelegt haben. Ein paar Wochen später war das Solana-Kurs doppelt so hoch und man hätte nur halb so viele Solbezahlen brauchen für die NFTs. So ist es aber nur am Crypto-Space-Market, in die eine, mal in die andere Richtung. Überall wo es einen Verlierer gibt, gibt es auf der anderen Seite natürlich Gewinner. Aber das Thema Preisstabilität ist schon ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema. Nicht umsonst ist Tether auf Platz 3 der gesamten Market Caps mit 106 Milliarden Dollar. Das zeigt einfach, dass sehr viel Liquidität im Markt gebraucht wird und von daher gibt es natürlich diverse Alternativen. Und Tether ist dementsprechend nicht alleine. Es gibt zahlreiche andere Stablecoins mit verschiedenen, ja, nennen wir sie mal Mechanismen im Hintergrund. Aber alle haben irgendwo ihre Besonderheit und wir gucken uns jetzt mal an, welche Besonderheit denn der Stablecoin von Ripple mit sich bringen soll. Und da haben wir hier unten mal so ein paar Bullet Points. Enterprise Grade. Ripple ist auf Blockchain-basierte Unternehmenslösung spezialisiert, die Finanzinstitute und Unternehmen benötigen. Ripple wird sowohl XRP als auch den Stablecoin in seiner Zahlungslösung nutzen, um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern und als erster Unternehmensanwendungsfall des Vermögenswerts im großen Maßstab zu dienen. Es besteht Nachfrage von Ripple-Kunden in Schwellenländern, Stablecoin-Auszahlungen zu ermöglichen. Das wäre natürlich ziemlich genial, gerade für Leute, die vielleicht kein eigenes Bankkonto haben. Dann könnte man einfach mit einer App auf dem Handy, das haben ja die allermeisten, könnte man dann einfach sich gegenseitig Stablecoins zahlen, um meinetwegen Mitarbeiter zu vergüten. Und somit wird es deutlich schwieriger, diese Leute dann um ihr hart verdientes Geld auch noch zu prellen. Denn sehr häufig hört man Geschichten, dass Leute, nachdem sie ihr Gehalt bekommen haben, irgendwo überfallen werden und dann ihr ganzer Monatslohn quasi fort ist. Das würde man natürlich mit digitalen Währungen lösen können und ein Stablecoin hätte dann auch noch nicht mal das Schwankungsrisiko. Was natürlich definitiv positiv ist, nur sehe ich das jetzt nicht als alleinigen Punkt bei Ripple, sondern das können wahrscheinlich auch die ganzen anderen Stablecoins genauso abbilden. Was jetzt kommt, ist allerdings deutlich interessanter. Compliance First Denkweise. Ripple setzt sich für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ein und verfügt über ein wachsendes Lizenzportfolio in Schlüsselregionen rund um dem Globus. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften verfügen gemeinsam über eine New Yorker BitLicense, fast 40 Geldtransmitterlizenz in den USA, eine Major Payment Institutionslizenz der Monterey Authority in Singapur und eine Registrierung als Virtual Asset Service Provider bei der Central Bank auf Ireland. Jetzt langsam macht doch alles einen Sinn, warum wir die letzten Monate sehr viel lesen durften über diese ganzen neuen Lizenzen, die Ripple erworben hat. Jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel und wahrscheinlich war genau das der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Man braucht Lizenzen, um eben diesen Stablecoin möglichst flächendeckend anbieten zu können. Liquidität an der dezentralen Börse. Während XRP die native Währung des XRPL ist, wurde das Ledger entwickelt, um jede Art von ausgegebenen Vermögenswerten für den Handel an der DEX zu unterstützen und überall auf der Welt schnell und mit geringen Transaktionskosten abzuwickeln. Die Bereitstellung glaubwürdiger Vermögenswerte auf dem DEX, wie beispielsweise Ripple Stablecoin, wird zahlreiche Vorteile für Benutzer, Entwickler und Apps mit sich bringen. Auch ein spannender Punkt, wir haben ja mitbekommen von diesem Automated Market Maker. So ein bisschen unglücklich gestartet das Ganze. Es gab ein paar Fehlerchen, die sich da eingeschlichen haben. Dementsprechend ist die Lust für die allermeisten XRP-Hodler jetzt nicht ganz so groß, jetzt so als Versuchskangchen, sage ich mal, seine XRP dort zu platzieren, in der Hoffnung, dass denn jetzt alles gut geht. Wenn aber keiner bereit ist, Assets auf die dezentrale Exchange zu bringen, haben wir Liquiditätsprobleme. Und ich denke mal, genau dieser Stablecoin wird auch dieses Problem relativ schnell lösen, denn so kann Ripple jegliche Liquidität zur Verfügung stellen und sollte dann wirklich mal wieder erwarten, ein Schaden entstehen, würde der eben größtenteils Ripple schaden und nicht den Anlegern auf dem XRP-Ledger. So zumindest mein Verständnis dafür. Dann, das ist natürlich ein sehr spannender Punkt, transparente Stablecoin-Reserve, ja, die wollen eben alles decken an Bargeld oder Bargeld-Äquivalenten. Was sie damit genau meinen, hört sich so ein bisschen nach Tether an. Ja, wir haben Rücklagen, Bargeld und so ein bisschen was ähnliches. Da bin ich nochmal gespannt, ob sie da vielleicht nochmal detaillierter werden, denn das ist ja schon wichtig zu verstehen, was sie mit den Äquivalenten meinen. Was aber cool ist, ist, dass Ripple monatlich eine Bescheinigung der Vermögenswerte veröffentlichen möchte und das Ganze eben professionell von Wirtschaftsprüfern überprüft wird, damit sich da auch keinerlei Betrug oder ähnliches einschleichen kann. Und der letzte Punkt, den ich jetzt auch nicht als ganz besonders sehe, aber ist der Multi-Chain-Kompatibilität. Also das heißt, dass Ripple eben nicht nur auf dem XRP-Ledger, sondern auch auf Ethereum startet, aber das ist wie gesagt bei fast jedem Stablecoin der Fall. Die sind meistens im eigenen Ökosystem und eben bei Ethereum zu Hause. Alles in allem auf jeden Fall mal wieder eine positive Neuigkeit, mit der, wo so niemand gerechnet hat. Ich habe nicht mal ansatzweise ein Gerücht dergleichen gehört. Von daher sehr, sehr spannend und das zeigt wieder einmal, wie schnell die Karten neu gemischt werden können. Heute am 4. April kam irgendwann am frühen Nachmittag diese Meldung hier bei uns rein. Wer weiß, was morgen, übermorgen oder überübermorgen reinkommen kann. Es geht manchmal ziemlich schnell und vor allem unvorhersehbar. In dem Sinne bin ich mal gespannt, wann es Neuigkeiten gibt vom Gericht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen zum Real-World-Asset-Video. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Guckt es euch auf jeden Fall an. Hab bis dahin eine schöne Zeit und bleibt mir gesund. Bis bald. Ciao!